Jo, kurze Zwischen-Info, und zwar geht's heute einigermaßen in Ordnung, weshalb ich heute Abend auf jeden Fall streamen werde. Wir machen auf jeden Fall mit der HSV-Karriere weiter, weil ich der Abstimmung für das nächste große Streaming-Projekt noch ein bisschen Zeit lassen will. Und ja, dann gibt's noch eine andere Sache, da hab ich jetzt längere Zeit drüber nachgedacht und ich glaube, ich werd das wirklich machen. Und zwar den Kanal umzubenennen, einfach um so eine Art Neustart reinzumachen. Weil ich bin in der letzten Zeit, ich sag mal, das letzte Jahr, die letzten eineinhalb Jahre nicht gerade regelmäßig am Streaming gewesen. Und ich hab gedacht, vielleicht ist es, den Kanal umzubenennen, mal so ein kleiner, so ein kleiner, vielleicht funktioniert damit da so ein kleiner Neustart. Ich bin auf jeden Fall motiviert und ich hab Bock und deshalb geht's heute Abend gleich weiter. Wir sehen uns, haut's raus!